Moin sind Pamarillos, mein Name ist Sonic und ihr seid hier auf RepsPlay. Ich bin hier in diesem Uhrwerk. Oh, und da hängt ein Seil. Das ist eigentlich kein richtiges Uhrwerk, sondern einfach eine riesen Maschine, so wie das aussieht. Und so zwei Glocken sind vom Himmel gefallen und haben eine Brücke aus Händen zerstört. Hört sich komisch an. Ist auch ziemlich komisch. Macht aber nichts, denke ich. Denn es sieht auch komisch aus. Gut. Einmal hier runter, dann komme ich da in den goldenen Vorsprung. Alter, jetzt muss ich mich da hinschwingen. Ja, das bringt mir nichts. Gut, dann schwing dich mal, Nathan. Aha, den habe ich. Mann. Warum macht der es nicht? Ich muss nach oben, nach oben, nach oben. Das Wasser ist elektrisierend und zerstört einen direkt, wenn man es berührt. Gut. Ich muss auf den Aufzug nach oben kommen. Ah, diesmal geht's. So, da hinten ist eine Wand. Wie weit geht denn das noch hoch? Okay. Ja, lieber von weiter oben springen. So. Oh, 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 oh. Das ist aber rutschig hier. Das ist aber rutschig. So, ich muss an das Seil da oben und dann an die Wand. Dann kann ich ein bisschen nach unten klettern. Und dann komme ich da an das nächste Rädchen. Das sind riesengroße Hamster, die die antreiben. Das sind riesengroße mutierte Hamster. Gegen die muss ich am Ende kämpfen. Und der Anführer, der Hamster, der ist dann der Endgegner. So, komme ich dann nach unten, oder? Mal fallen lassen. Okay, es war ja gar nicht so hoch. Ähm. Jetzt komme ich hier unten lang. Mit was wird das hier eigentlich angetrieben? Mit Strom ja wohl nicht. Mit Wasserkraft wahrscheinlich, ne? Kann ja eigentlich schon mit Wasserkraft sein. Was machst du da, Nathan? Ja, okay. Da hoch. Und da hast du eine Stange. Gut. Mit der Stange komme ich da rüber. Wow. Sehr, sehr geil. Da ist ein Schatz. Den nehme ich doch mit. Oh. Gib mir den Schatz. Aha. Wie geil ist das denn? Sehr, sehr gut. So, weiter geht's. Äh. Das sieht doch schon mal gut aus. Aha. Ach, nö. Wie soll das denn gehen? Das soll ja wohl ein Witz sein. Sag ich doch. Ach, kacke, ey. Ich hoffe, das geht jetzt hier auch nicht auf Zeit oder so. Hä? 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 Oh. Ja, halt mich fest, halt mich fest, halt mich fest. Das sind die Flexe. Ja, Taktik. Ist das der Schindamani-Stein, den die Statue da festhält? Soll ein riesengroßer Saphir sein. Die Fähre sind ja blau, wie man weiß. Krass. Krass. Ja, ich komm ja schon. Warte auf mich. Okay, ich bin da. Und nun? Wo sollen wir lang, Kollege? So. Da ist doch der Schindamani-Stein, oder? Zumindest so was ähnliches. Oder sind das ganz viele Schindamani-Steine? Die sehen nicht so froh aus. Hoffentlich gibt's noch einen Weg raus. Drake. Ja, lass schon. Oh, scheiße. Schäfers Expedition. Der Schindamani-Stein. Das Harz. Na nun. Oh. Sieh mal einer an. Die wurden alle erschossen. Hey, Tatan. Wer ist Tatan? Die Karriere. Das ist die Irmensäule, der Lebensbaum. Das Ahnenerbe. Deutsches Ahnenerbe. Das waren alles SS-Leute. Na, Gott sei, Masu. Äh, Nazis. Nazis? Na, Konzakagime. Immer die Nazis. Die waren schon überall. Oh, da ist so ein Yeti-Ding. Was wird dann aus dem Mann? Tenzin. Schäfer war das. Ah. Schäfer war das. Mare, Mare. Ja. Ja. Nur so konnte er sie stoppen. Ah. Nee. Schäfer. Verdammt. Wir müssen von ihr verschwinden. Sofort. Der böse Schäfer war das also. Dann gönne ich mir doch mal ein bisschen MP4. 150 Schuss. Gut, damit bin ich voll. Und dann schaue ich mal, wo es hier rausgeht. Und ich hoffe nicht wieder die... Ich hoffe nicht, dass die blöden Yetis hier wieder ankommen. So. Geil, ein Aufzug. Oh, fuck. Alter, wie viele Yetis sind das denn? Was wirft denn der da? Ah, ist der bescheuert? Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Alter, ja. Ist klar, du Mongo. Was soll ich tun? Geh weg. Ich kann ja gar nichts gegen die machen. Ich kann nur ausweichen, glaube ich. Boah, böse, alter, böse. Noch mehr Yetis. Kacke. Kacke, 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 kacke. Da kommt der Aufzug. Ach, scheiße, verdammt. Ich bin tot. Ich kann hier nicht weg. Ich kann hier nicht weg. Ich kann hier nicht weg. Scheiße, der hat mich voll in die Ecke gedrängt. Okay, da muss ich aufpassen. Verdammt, verdammt, verdammt. Also gegen zwei ist schon echt mies. Nein, 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 nein. Oh, der. Dreieck. Vierieck. Oh, der hat mich erwischt. Erstmal nachladen. Ich kann nicht. Oh. Was macht der da mit dem? Ah, ah, nein, nein, nein. Komm, wir müssen von da oben runter springen. Komm, hier hoch. Fuck, 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 fuck. Spring. Wo ist denn der Kerl? In die Pilbua. Komm, ich knall den ab und du springst einfach. Ja, sonst können die 100 Meter springen. Und jetzt? Scheiße. Heiliger. Stürb, du Scheiße. Stürb. Stürb. Alter. Ach. Ach, du Scheiße. Holy Bim Bim, ey. Nein. Oh, wo sind wir hier? Also das müsste man aber auch mit dem Hubschrauber finden können. Oh nein. Ja. Bimma. Ja. Hab ich ja gesagt. Gott sei Dank. Oh, Nate. Was ist los? Es ist Lazariewicz. Er hat uns gefunden. Bimma. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schäfer hat sie. Kade. Mon Schäfer, jam du Duk. Schäfer. Sie haben den anderen Weg genommen. Nate. Das ist unsere Schuld. Wir waren das. Okay. Bleib du hier. Kümmere dich um sie. Na. Na los. Scheiße. Na, Armbrust. Wie cool ist das denn? Alter, die Armbrust geht ja ab. Ey, was ist mit dem? Okay. Jetzt kann ich ja auch wieder die AK holen. Gut. Okay. Komm her. Noch was? Die haben nur Armbrüste hier, um sich zu verteidigen. Ja, warum soll so ein Dorf auch hier scharfe Waffen haben? Ähm. Alter, fuck. Ah. Der muss doch sterben. Okay. Den Happen erwischt. Was ist mit dem da oben? Ah. Wie geil. Okay. Die ist leer. Dann gib mir mal so eine Armbrust. Danke. So. Namos. Was haben wir denn hier? Pistole. Alter. Weg mit dem. Die Musik ist aus. Ich mag doch die Musik so gern. Armbrust. Oh, fuck. Lässt du mal die Frau in Ruhe oder wer das war? Das wollte ich bestimmt vergewaltigen, der Sack. Das machen doch so Kriegsverbrecher. Guck nicht so blöd. Hau ab. Geh weg. Ja, du Arschloch. Da kommt unten rechts einer, glaube ich. Komm, ich stoße weiter nach vorne. Alter, wo hat denn der das MG da her? Wo hat denn der die ganze Gans her? Alter, was ist hier los, ey? Guck dich den da an. Was ein Terrorist. So, was mach ich mit dem Teil da? Kann ich nichts hinwerfen, oder? Probier's mal. Kacke. Ja, komm. Alter, der... Jetzt, wie seht der mich an? Weg da mit dir, du Penner. Und mit dir auch. Ah. Komm, 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 komm. Zeig dich. Scheiße, der kriegt nicht das Teil da oben weg, ey. Scheiße, der ist leer. Oh, Mann. Was mit der anderen Seite? Oh, fuck, 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 fuck. Ich hör schon mein Herz schlagen. Wo wohnt der? Hat er gesagt. Dahinten kommt noch einer. Ich hab bald keine Munition mehr. Ich hab hier. Ich hab hier. Ich nehm mal den Hut ab. Sag mal, wo kommen die alle her? Noch einer. Die haben alle Hüte auf. Fuck, fuck, fuck. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jetzt geht's los. Ich will nicht im Laufen schießen. Okay Ist man nämlich einen anderen Weg Brotpistole, geil Geh doch da hoch, Nathan Alter, geh doch da hoch Warum kann ich da nicht hoch Oh Alter, die Schrotpistole Kacke Oh, der kann hier hinschießen Kacke, der kann mich treffen Verdammt Verdammte Scheide, ey Eine Granate wäre noch geil Noch eine zweite Zwei Schuss Pistole wechseln Jetzt habe ich gar nichts mehr, oder was? Fuck Hier liegt noch was Such dich Alter, was ein Gemetzel, ey Der Kerl hat mich immer noch anvisiert Nein, jetzt nicht mehr Scheiße, Daniel Whoa Ey, der Kerl da oben mit dem MG Der ist das Übelste Der ist echt Der ist echt die Hölle auf Erden Aber ich muss den ausschalten Ich muss selber an das MG irgendwie kommen Ich muss da selber hinkommen Fuck, 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 fuck Was macht der denn da? Ich bin wieder leer, aber da lag noch ein bisschen Pistolenmunition rum Irgendwo hier Ja 69 Schuss Das habe ich gern So, jetzt gehe ich an das scheiße MG, ihr Wichser Was sagt ihr jetzt, hä? Scheißegal, ob ihr Hüter aufhabt oder nicht Ja Ist hier noch jemand? Wer schießt da? Der da Noch einer Okay Und sonst Kannst du für dich behalten Hä? Da sitzt noch einer Okay, das Heil ist leer Alter, eine Diegel Wer schießt denn da? Schön geile Diegel, ey So, hier habe ich noch ein bisschen AK Granaten Ich will jetzt die Diegel ausprobieren Was? M4 Sehr geil Diegel ist der Boss Ach ne, er ist Sengen Oder wie der heißt Jin Jin, Min Jin Okay, dem habe ich es gezeigt Auch eine M4 Wow, 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 wow Nee, hier geht es nicht mehr weiter Alter, der Kerl Da oben Okay Das war die AK leerotzen Gut 65 Schuss Oh ne, da kommt wieder so ein Behindert Da Schieß die Mütze vom Kopf Lass nach Lass nach Fuck, 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 fuck Alter, die halten aber mehr aus als sonst Was hatte der denn im Moss Ähm Tschüss Oh nein Gib mir die M4 wieder Und, äh, Munition Noch mehr Munition Noch mehr Munition Noch mehr Munition Du Mongo Alter, der hat Schrottpistole Nee Diesmal nicht Diesmal nicht Die habe ich jetzt so oft schon aufgehoben Aber die hat zu wenig Schuss halt, ne Was hiermit? Mach das auf So, bevor ihr die Tür öffnet Sag ich mal, danke fürs Zuschauen Lasst einen Daumen da oben da, wenn ihr mögt Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag Stay Pam, ciao Anzug Bitte markiere meine Feinde Denn danach kannst du schnell das Abonnieren Fenster einblenden Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch Treti schick den Kommentar Denn das heilt und es spart Leben Für mehr Energie Müsst ihr low Daumen hoch Drück in dem an Highscore Kann sich nicht einfach so füllen Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...